Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Digimon Cyber Sleuths. Story Cyber Sleuths, ich vergesse den Story Ansatz immer. Wir gehen mal ins Digi Lab. Dann können wir ein bisschen rund digitieren. Verschieben. Gomon bleibt, Gilmon bleibt, Gabomon schwarz kann weg. Digitation. Gabomon. Ah, das muss ja schon 25, ich will mich verarschen. Gilmon. Gilmon kann aber zu Grollmon. Bam. Gomon kann noch nie. Der kann erst auch mit 25. Und wie viel hat er? 21. Okay, das geht dann auch bei Gelegenheit. Gabomon schwarz kann aber digitieren. Okay, so. Gabomon schwarz. Digitiert zu. Garuromon. Schwarz. Schwarz. Warte mal, wir könnten. Wir sollten Gabomon und Gomon schon behalten. Ich glaube schon, wenn du dich verläufst. Egal. Okay. Okay. Na mal, doch bloß ein, zweimal digitiert, aber einen nehmen wir bloß mit. Äh, Ida. Ein, doch gehen. Neu, da wärs Finanzsitz. Ah, da. Ah, die Dinger kenne ich auch noch. Nein, weil täglich. Na, die Dinger kenne ich auch noch. Nur in den Eden, die man mit einem neuen Verwenden, kann man einen sozialen Verwenden bekommen. Im heutigen Hacking, wird es nicht möglich zu verabschieden von Server zu bewerben. Aber, wenn man mit den Akkern kann, mit dem Digimon Programmen, hat man den Verwenden zu verabschieden. Der Vorteil ist natürlich, dass man so einen guten Hacker zu verabschieden. Natürlich ist das, Aber das ist auch nicht so. Aber das ist auch nicht so. Aber das ist auch nicht so. Warum? Weil die Leute... ... und die Sicherheit haben wir. Wir haben das. Wir haben die Leute nicht zu schützen. Wir haben die Leute nicht zu schützen. So, das Ding ist halt, das ist eigentlich ziemlich easy aufgebaut. Wegezugriff. Genau, jedes Mal, wenn ich sowas hacke, dann wird es verändert. Und ich muss schauen, dass ich zum nächsten komme, dann geht das so weiter. Ist es nicht sonderlich spektakulär oder schwer, aber ich finde es eigentlich ganz lustig. Wie gesagt, in dem Spiel geht es halt um die Digimon und um die Story hier, und der Rest ist eigentlich völlig wurscht. Ich meine, die hätten ja hier genauso gut auch zum Beispiel eine Animation einbauen können, wo die sich verschiebt oder so. Einerseits wäre das dann wieder langwieriger, als wenn man... Jetzt müsste ich zum Beispiel hier Wegezugriff glaube ich einsetzen, damit ich an die Kiste komme. Ich gehe jetzt mal rein. Wo haben wir noch nicht gerade andere Digimon? Grollen wollen, dass du das erste Mal zuhauen? Oder zu lang? Nantokonatton bleiben wir auf hier hoch dann lieber will ich gar nicht wir gehen einfach geradeaus hoch außerdem müssen doch auf der anderen Seite hoch das kann natürlich auch passieren Hacking ist grundsätzlich dass die Sicherheit über die die Sicherheit verletzt werden und dass die Sicherheit über die die Sicherheit verletzt werden die Verletzt werden die Verletzt werden was auch da nachher das Ganze ist der Wettbewerb wir haben nicht die Sicherheit um das Wenn ein Hedgefonds ist, dass die Unternehmen die Hacker verabschiedet werden können. Wenn die Hacker verabschiedet werden, wird die Sicherheits-Level in der Augenhöhe erhöht. Aber warum kann man die Hacker verabschiedet? Ich glaube, dass die Hacker verabschiedet werden kann. Wenn ich zu sagen, dass die Hacker nicht verabschiedet werden kann, dass die Hacker nicht verabschiedet werden kann. Das nervige ist halt, wenn ich von der Seite jetzt anfange, ist es halt ums Verrecken nicht, wo du hinläufst. Das ist ein bisschen dumm gemacht einfach. Da kann man die Kamera umstellen müssen, das müsste ich mal schauen. Warte mal. Dialoge, Digimon Stimmen. Ne, schade, schade, schade. Das ist schon nervig ein bisschen. Okay, jetzt wenn wir das aktivieren. Das ist offline, oder? Ahhhh. Da ist ein Zahnradfutzi dabei. Aber da haben wir keine Probleme mit, weil die hauen wir doch einfach weg. Ahhhh. Da gibt's noch einen WG Zugriff. Ah, scheiße. Ahhhh. Nein. Mach das nicht weg. Oh fuck. Muss ich nochmal machen. Ich will die Kiste unten haben. Die hat eine andere Farbe. Ahhhh. 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 Gut, dass die immer schon in der gleichen Reihenfolge stehen, dann kann ich bloß draufhauen. Ähm. Alles weg. Bankerweiterungslaufe. Ja. Speicher ab. Ahhhh. 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 Alles weg. Bankerweiterungslaufe. 1824. Jetzt kann ich drei Champion Digimon mitnehmen. Naja, vier. will. Oder mal. Egal. Jetzt kann man da rüber. Es muss nur desaktivieren glaube ich. Eigentlich muss ich bloß alles einmal aktivieren und die Sache ist krissen. was macht es in der mitte eigentlich da hinten ist noch mal speicher immer noch 1 fehlen noch gab es noch was machen wir da nein halt die tieren scheiße auf die insel auf die insel ab und so geben sie so der hat jetzt 25 haben wir den einen gar nicht ab und ist immer noch da so jetzt aber den tag 1 25 20 und auf dem leeren platz und jetzt geht es rund hier gaben und ich meine 5 ich speicher 6 wo war der grömer billig speicher auf 28 kann ich den level verschieden kaputär im morgen sagen die situation Und los! Shukakumon, war der Shukaku? Shikaku? Ikaku, verdammt! Ist doch fast dasselbe. Gabumon, wissen wir, los zum Weißen. Und jetzt haben wir noch eins. Fuck. Acht. 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 Hä? Und jetzt haben wir noch eins, der nur sechs benutzt. Sechs benutzt, ja. Ah, jetzt haben wir wieder zwei Serum dabei, ne? Garurumon ist zu nem Serum geworden. Ist doch scheiße. Fuck. Fuck. Ah, der ist doch Mist. Grollmon ist jetzt nem Virus, Garurumon ein Serum, der ist ein Serum. Wir bräuchten halt nen Typus Datei. Ach komm, shit happens. So kommen wir auch durch. Und weg jetzt so bitte. Jetzt komm ich zu dem oberen Ding hin. Jetzt komm ich zu der Kohle und zu dem Wundern. SP Kapsel, vielleicht kriegen wir oben nochmal einen Speicher, das wär schon geil. Oh, schon, schon erledigt. So, jetzt müssen wir dann zu der oberen Kiste kommen. Oder auch nicht. Aber wahrscheinlich wenn wir das benutzen. Ja, 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 ja. Sehr gut. Zweimal Intelligenzbooster. Hä? Das ist doch nicht. Sehr gut. Das ist unverletzt. Das ist ein Verletzt. Ja, ich habe alles gekauft. Mephisto, ich habe den Accounts, die du hast du hast. Chitose, kann man das? Ja. Das ist gut. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Du hast es. Ich bin hier. Ich bin da auf die Accounts zu verbreiten. Ich bin hier. Ich bin hier. Oh ja, oh ja. Wer ist das? Wer ist denn das? Ich bin der Mann, der der wichtigsten Maneeserver, mit mir zufrieden. Der Mann, oder? Was zur Hölle? Was bist denn du für einer? Servus, die Hacker zu verabschieden, und sich selbst mit mir zu verabschieden? Das ist alles gut, oder? Ich kann nicht die Hacker zu verabschieden. Das ist auch so, dass ich die Hacker zu verabschieden habe. Vielen Dank! Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wer hat gesagt, Kane? Ich habe den liebsten Geld gebrochen. Ich werde das zurückgeben. Ich werde den Account auch kaufen, Kane! Warum sagt der immer Kane? Kane ist Geld. Okay, der... Oh, scheiße. Ich bin voll am Arsch. Ja, Klockmon muss weg. Boah, hielt der aus. Shit. Hm. Toooooooop! Ich ziehe heute gar nichts an. Ich greife doch nicht den an. Boah, der überlebt mir noch einen Schlag, ne? Ja. Kone otskau. Kronometer. Den können wir euch angreifen. So, jetzt ist schon mal einer weg. Oh, jetzt kommt der dran. beteiligungs ladung naja scheiße sind jetzt sowieso schon auf wasser mehr aufzieht geil ja aber ein strahlender lese problem ist den brauche ich halt danach kommt der typ dran oh ich hoffe ich habe den braulmann in den weg so war scheiß drauf ihr haut jetzt trotzdem auf den da drauf ok blick gar nicht donnerschlag jetzt bist du ein scheiß pikachu oh oh dann zieht das eigentlich was ab oh gott er lebt noch du schau jetzt dass du deine stärksten attacken auf den aufer drauf haust lecker und zwei bei einer ist passiert holen kann ich den wir brauchen oder egal probieren wir euch mal aus ha ha der kann keine attacken mehr einsetzen das ist ein schweizierender laser 2 das zieht wieder ab Alter, der Vernichtung ist sehr schön, komm schon. Boah, Glück gehabt. Aber Garun-Romond ist halt keiner. Ja, Level. Und ein Speicher-Upgrade. Das ist ein Speicher-Upgrade. Hast du mir mein Konto geraubt? Omae no Akaunt? Nano Koto Kame? Omae no Akaunt? Omae no Akaunt? Omae no Akaunt? Sois hau-su hau-tu-ide-i-na-i Omae no Akaunt? Omae no Akaunt? Okae no Akaunt? Okae no Akaunt? Sa-saa-ne-e Omae no Akaunt? Okay, eine neue Spur. Das war's für mich. Hä? Was ist das? Na, wie war das vorhin? Erbärmlicher Junge. Oh ja, jetzt bist du nicht mehr der große Macker. Was? Erbärmlich. Echt erbärmlich. Was ist das? Na, Yuu-chan. Ah? Was ist das? Wir sind gerade mit ihnen zu sprechen. Wir sind nicht so gut. Oh, Moment! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Alles in Ordnung? Hä? Okay. Was ist das? Was ist die Idee? Was ist das? Oh.. Es gibt doch keine Lust. In einer Kugelmusik. Es ist aufgeregt, er hat sich mains senior. Ich würde mich sicher nicht mehr interessieren. Das ist so, was du? Erika? Wie ist das? Nichts. Digital World Hä? Speichern, ja Aber an der Stelle ist wieder ein guter Zeit zum Beenden der Folge Und ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen Und ich hoffe wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Digimon Cyber Sleuths Nein Digimon Story Cyber Sleuths, verdammt Der Gag wird langsam alt, ich weiß Auch wenn es ein Gag ist Macht's gut und Servus